Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum, ja, ähm, Captain America, äh, Captain Regnum, yes, juhu, oh, da ist ja ein Schatz da, lass ihn mal, nehmen wir ihn weg da, yes, so, ich bin jetzt bald Level 49, und, ähm, ja, hab ein paar Items gefunden, die Items sind hier, und ja, alles ein bisschen, wie immer, scheiße, aber eben mehr gelbe, ähm, die weißen hab ich natürlich verkauft, die sind nach nichts Besonderes gewesen, meistens Minus, und, ähm, ja, Methodenbeschwer, Lord Rob Dunica, hab ich hier noch, ähm, gelassen, und ein kleiner Jade, ein versteckter Schuppen-Schulterpanzer, und die anderen, die gelben, ähm, ein Meister-Langbogen, das gehört dem Holz, dann eine Flamme-Berge-Links aus Stahl, leider abgenutzt, ja, okay, sieben, und gepanzerte Schaschmier-Handschuhe aus Stahl, ein grossartiger, oh, grossartiger, so, dann einen Langbogen, der Fipper, ähm, Drachenflügel-Langbogen, mit Minus, schön viel Minus, zwei Minus, okay, und Kriegsherrenschild aus feinem Stahl, so, na, bekommen wir das Leben? Ach, ist jetzt gar nicht mal so schlimm gewesen, hier auf Level 49 zu leben, durch die Nacht, nein, nicht durch die Nacht, aber spät ins Bett gegangen, und früher morgens wieder wach geworden, und, ja, aber schön tief geschlafen, auch relativ lange, sonst bin ich manchmal auch nicht so lange am Schlafen, so, hier drüben habe ich noch Elite-Barbaren, Schuldpanzer, für LL 55, und der ist auch neu, verbundene Hinrichtungsbogen aus gehärtenem Holz, und durchbohren, schön, was ich noch wollte, ist der eine gute Bogen, ich weiß jetzt nicht welche, ist es doch der drüben, ja, dann lasse ich so, ähm, die anderen Sachen muss ich verkaufen, so, alles verkaufen, es ist nichts wert, also, ach komm, stopp mal, ich mag das, wenn man nicht weh drückt, aber der Charakter läuft weiter, so, und der kleine, ja, der kommt ja hier drüben, haben wir schon so viele Edelsterne, so, ähm, also jetzt seht ihr hier ungefähr, wie die Items getroppt sind, also die weißen, die Loots, die habe ich ja, ähm, wieder verkauft, ab und zu, weil ich überlastet war, ja, die Taube, hallo Taube, so, jetzt aber, hm, hm, komm, wir buffen nochmal, ist jetzt so schlecht angezeigt, also, man sieht immer schlecht, wie viel Gegner ich noch besiegen muss, das ist das Problem, aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wir gehen jetzt nach oben, greifen hier noch die Gegner an, so, Captain Regnum kommt mit dem Mods da, macht mal Platz da, und level off, la la la, la 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 la, also, nein, angreifen nicht mehr, so, so, ich will aufs Pferd, komm, äh, aufs, auf den Panther, oh, komm, so, so, also, gut, ähm, wir, gehen zum Trainer kurz, und dann gehen wir noch, ähm, zum Händler natürlich, ähm, dann gehen wir in die Wassern, und scheinen mal die Orks an, und kämpfen ein bisschen mit den Hüggen, ähm, ja, zuerst zum, Barbaren Trainer, so, Eis 2 haben wir zur Verfügung, ähm, aha, ich mag 5er nicht, so, 5 Sekunden, Gedanken zerquetschen, haha, so, also, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, so mach ich das, weil, ähm, da muss ich nämlich nicht suchen, oder ich kann den da oben machen, und, so, genau, so ist es besser, also, verkaufen, ach man, dieses Steam, ich mag Steam nicht, ich will nicht Steam haben, so, 260.000, hm, ja, sonst, nicht viel, ähm, reparieren, 21.000, ist wenig, ich hatte schon mal, 120.000 mit Reparatur, wenn man alle Items kaputt macht, vor allem die Hammer, dann ist es schon, extrem, aber man kann nicht mal drüber, was ist los, ich will runterrutschen, ja, wow, diese Damage, so, also, komm, dann gehen wir zu den Orks, im Ork Camp, und schauen mal, ob die schon Orks sind, die grossen Marodeure, aber wahrscheinlich nicht, die sind voll, das ist auch voll, schade, aber so sieht auch sexy aus, huuuh, das sieht so scheiße aus mit Helm, wenn mal ein Helm, schön ist für den Barbar, ich fühle mich glücklich, huuuh, aber bis Level 55, wird wahrscheinlich kein einziger, schöner Helm geben, und die Ritter haben so richtig, schöne Rüstungen, aber die Barbaren, richtig fett grässlich, huuuh, aber noch schlimmer ist es ja, bei den, ähm, Magiern, da, ähm, das sieht alles wie Putzmäntel aus, aber nicht nach Magieruppen, das ist ein bisschen problematisch, ja, so richtig schöne Mäntel, also so geschnitten, also die richtig geschnitten sind, ein bisschen auf den Seiten offen sind, oder so, wo man unter die Röcke der Frauen schauen kann, und so, das höchst du, das höchst du, ah, also, ähm, ja, also, dann gehen wir, schauen noch nach Magneten, ich muss immer hier durchgehen, weiß ich noch, aber, ohne Magneten sammeln, ist es irgendwie ein bisschen langweilig zu reisen, und deshalb mache ich es, so, ich werde einfach mal irgendwo im Chat anschreiben, free Magnanits, und dann, äh, sag ich mal, der siebte, der siebte, der mich anschreibt, mit PN, der bekommt sie über, weil ich eben sie nicht brauche, und auch nicht Magnanitenwaffen, oder sonst irgendwas, ich muss ja nicht handeln, Captain, Regnum, handelt nicht, versteht ihr? Danke gerne. So, hallo Schlangis, hallo Sienes, hallo Goblins, hallo Trolls, boah, dein fetter Fresse, voll die fetter Fresse, hallo, ach komm, ich mag's nicht, wenn man was reischen muss, oh, Schatz, ich bin so glücklich, ich hab bitte einen Schatz gewonnen, Captain America, findet die besten Schätze, haha, Captain America, Captain Regnum, Captain weiß nicht was, Captain Blödmann, Captain Isis, Es kommt dann Captain Isis und dann macht die Amerikaner Captain America mit ihren Gen-Experimenten und da kommt Captain Russland und dann Captain Weltuntergang. Ja, Ork-Kriege sind immer noch rot. Dann sind Maradöre auch noch rot, Mann. Das sind Maradöre. Ja, auch noch rot. Also hier leveln lohnt sich noch nicht. Schade. Voll schade. Die haben sich gar nicht verändert, Wilder Ochsen. Immer noch gelb. Was ist denn los? Es hat man keinen Fortschritt mehr. Nein, sonst müsste man ja... Ja, dann wollen ja die Spieler nicht mehr im Itemshop investieren und so. Und deshalb müssen wir alles sehr qualvoll machen. Aber weil unser Itemshop so cool und so billig ist, gehen auch die Spieler uns nicht weg. Deshalb habe ich auch in der Freundesliste Freunde, die low-off sind. Jeden Tag, sogar in den Downtownen. Das ist schlimm. So, wo ist was los? Also Isis hat das Algaros vor. Das interessiert mich nicht. Ich möchte gerne, ähm, komme ich gerne zum Herbert vor. So. Onkel Herbert, wie geht es Ihnen? Gut. Ah, das ist schön. Darf ich dich abreißen? Oh, da habe ich ja keine Fortschlachten mehr, wenn alle Forts abgerissen sind. So schlimm. Dann machen wir halt Mauer schlachten. Also, ähm, es ist nichts los. Es ist nichts los. Das ist blöd. Wieso ist das blöd? Weil es blöd ist und blöder kann man es gar nicht nennen. Und wo sind die, ähm, Brückenverteidiger da? Oh, ein Steinchen. Wie süß. So. Es ist mal nichts los. Regnum stirbt jetzt schneller aus, als ich dachte. So schade. Kam der kleine Hype und dann ist alles wieder weg. Niemand mehr. Gar niemand mehr. Oh. Richtig blöd. Haben die eigentlich kein Pavillon? Wir haben so ein schönes Pavillon. Hier. Wo haben die die Brücke? Genau. Das könnten wir mal scheinen. Codename ist züchtig. Hoho. Häää. Königliche Aquantis ist jetzt hier. Okay. Wow. Aha. Die haben nichts. Okay. Ja. Aquantis Ritter. Ja, hier leveln ist ein bisschen zu gefährlich. Und auch ein bisschen langweilig. Noch stärkene Aquantis. Mag ich nicht. Ah, die haben drei Palmen. Vier Palmen sogar. Ja. Cool. Schön. Und dann. So Boote mit Häuschen. Hahaha. Die Booten des Teufels. Morgen. So. Wir haben dafür so einen Garten hier. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Was kann ich euch zeigen, wenn nichts los ist? Das ist das Problematische. Das, was wir... Ja. Also. Weil ähm... Die Egen... Nein, die... Ja, die Eisen Ehe waren eigentlich immer sehr morgen aktiv. Da war immer etwas los. Und jetzt ähm... Ist eigentlich nichts los am Morgen mehr. Einfach nichts los. Also gucken wir mal. Sterben halt. Aber gucken. Gucken ist wichtiger als der... Hahaha. Als Überleben. Ja, ist überhaupt nichts los. Was? Da ist nicht mal jemand. Schade. Ja. Mani. Wir gehen einmal links oben. Haha. Spähen aus. Wir sind die Späher, die keine Jäger sind. Du da. Du da. Du da. Jaaaa. Heute Morgen ist blöd. Es ist nichts da. Da 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 da. Wo sind die Gesteine hin? Sonst finde ich manchmal 20 Gesteine. Wahrscheinlich alle so am Magnaneten sammeln. Und ähm... Regen sich gegenseitig auf, weil sie keine mehr finden. Weil alle weggenommen werden und so. Und... Große Klüben. Wow. Genau. Wer einfach nichts los ist, keine Spiele. Ich hätte mindestens gedacht, dass ich jetzt hier ein Alse finde. Da sind die Alse. Ah, Fabian. Der Fabian ist dort. Mein bester Kollege. Schön. Aber ich will ihn jetzt nicht denken. Sonst werde ich vom anderen noch angegriffen. Also. Ein andermal, Fabian. Gell? So. Ich hätte jetzt sofort bei Facebook gepostet. Dass ich dich gesehen habe. Nein. Ich bin ja sowieso nicht. Also. Vor allem mit Fabian rede ich ein bisschen bei Facebook. Sonst mit jemandem. Außer mit meiner Schwester. Weil sie immer... Ähm... Fotos postet. Von ihnen. Wow. So schön. Entdecken. Hier sind die Orks. Aha. Da ist er. Haha. Der Bert Igerman. Schön. Der Bert und der Igerman. Bert. Bernd das Brot. Genau. Bernd das Brot. So. Hat er eigentlich den Relife-Namen genommen? Oder ist das einfach ein zweiter Name? Für Orne. Es gibt so manche Leute, die tun Fantasie-Namen. Natürlich. Ding. Aber. Sprechen sich so. Also. Ja so, dass sie Relife-Ähnlich sind. Und dann gibt es Leute, die ähm. Ja. Genend Games mit ihrem richtigen Namen. Dass jeder angeschrieben werden kann. Und so. Wow. Also wir gehen außen herum. Warum? Weil wahrscheinlich der Bert Igerman gesagt hat, dass hier ein armer Captain Regnum herumläuft. Oh. Schlimm. Er muss sofort getötet werden mit 200 Stunts und dann einen Schlag eines Barbaren. Qualvoller Tod. So qualvoll. Haha. Ah schön. Ist das der Mond? Muss ja der Mond sein, aber so gross. Ich weiss nicht. Ich glaube ähm. Ding übertreibt ein bisschen. NGT Studio. Die sind sogar weiss. Okay. Ähm. Mal gucken wo hier Gegner für uns sind aus beim Vulkan. Also hier sehe ich hier nicht. Werde ich angegriffen beim Händler? Nö. Kann man mit ihnen reden. Kann man die angreifen? Nein. Schade. Wir greifen jetzt das Tor an. Genau. Haha. Wir gehen schön zum Tor. Und greifen ein bisschen die Wachen an. Nein. Hätte ich keine Chance. Also. Wahrscheinlich. Die sind über Level 60. Aber mit Level 60 würde man die easy eigentlich siegen könnten. Wenn man ähm. Ja. Vor allem taktisch vorangeht. Der war ziemlich rot. Habs bemerkt. Wichtwasserrot. Wegen dem Eggniss Kostüm. Also wegen dem. Äh. Circuit Kostüm. So. Soll ich ein bisschen trollen? Äh. Ich hab ne Idee. Ich sag dazu nur Part 100. Wenn es dann soweit ist. Ja. Schon viel los. Leute. Ich bin hier. Kommt mal runter. Kommt runter. Mann. Kommt runter. 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 Ich will immer sterben. Ich bin lebensmüth. Ich bin einen. Ein. Ein Held. In Ruhezustand. Ich bin der Höher. Des. Bösen, hahaha. Ähm... Aha. Hölsuse. Mann, diese Werberchen. Höllen immer so blöd. Wir gehen mal zu diesem Friedhof. Alles weiß hier. Ah, jetzt kommt diese Schlafmusik wieder. Genau. Schlafmusik, Schlafkönnchen, Schlaf. Deine Mutter hat ein Schaf. Ah, hütet ein Schaf. Dein Vater... ...ist so ein Zwitter. Ähm, nein. So, ähm... Wir gehen... Komm, wir leveln hier. Ich will mal die Gelben angreifen. Oh, ah, da kommt ganz viel. Oh, da kommen viel. Oh, da kommen viel. Puh, schlimm. Hahaha. Muss ich gleich abbauen. Tschüss. Da kommt noch der fette... ...Zombiekrieger. Ja, jetzt haut er wieder ab. Ach Gott. Schaffen wir den? Ich greif den an. Ich bin doch ein Anführer-Töter. Oh, Mann. Das ist Schweiße. Mach mal einen Fallschaden. Oh, Mann. Das wollte ich angreifen. Ja, du hast nicht genug, Mann. Ja, was ist jetzt? Oh. Hopp. Weg da. Tschüss. Oh, jetzt versinkt der Boden. Oh. Und? 551 Goldmünzen. Die geben immer nur Sorgen für 55 Goldmünzen. Mehr nicht. Mann. Wo ist... Wo ist... Wo ist die, ähm... Ja. Die Belohnung, dass man die auch mal killen sollte allein oder so. Aber, ähm... Nix. Man muss Tenax und sonst irgendwas töten. Und, äh... Eventim. Dass man mal Items bekommt. Oder die Sieger. Oder die Legendären. Mann. Oh. Ich will ein bisschen mehr, ähm... Spaß haben. Vor allem. Rechnung muss einfach weitergepatcht werden und richtig zu... etwas spaßiger werden. So. Ähm... Es ist immer noch nichts los. Was ist denn... Hey, es ist 9 Uhr. Eigentlich ist ja jetzt das Ding. Die sollen die Kristalle holen. Sofort. Ich will ein Portal haben. Ich will ins Portal wieder reingehen. Schlimm. Ha. Vorher waren wir hier. Und dort sind wir auf der anderen Seite des Flusses. Ja. Leichenlord Geist. Magegeist. Oh, Captain. Gigantische Troll. Hm. Geist der Ewigkeit. Große Bergkoblin schon mal. Große Bergkoblin schon mal. Hm. Ja. Passiert nicht viel. Was? Daily Crazy. Aha. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er hat mich nicht gesehen. Ah lalala. Also. Noch 11 Levels. Boah. Das heißt. Sagen wir jetzt. Ich brauche 2 Tage. Nicht mehr einen. Und... Ich bin noch am umziehen. Aber zumindest einen Tag nicht Zeit. 1. 1. Der Geburtstag des Königreichs Schweiz. Nein. Eidgenossenschaft. Ähm. Dann will ich Level 60 sein. Schön wäre es. Nein, dann will ich aber schon sehr weit an Level 60 sein. Und... Dann kommt noch das fette Suchen nach Items. Da ich ja eben... Eigentlich nur beschenkt werden will. Aber nicht tausche und nicht handle. Weil ich halt eben Captain Rechnung bin. Und... Nein, weil ich einfach so etwas gar nicht möchte. Weil ich Spiel spielen will und nicht fertig haben will. Und ähm... Dann kommt noch, ähm... Die Bossruns und alles mögliche. Und nehmen wir immer wieder diese... Fortschlachten, Schlossschlachten und... Mauerschlachten. Das bedeutet Mauerschlachten. Huh. Ha. Ja. A guck mal der Yari. A guck mal. Ja... Jeeeey. 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 Und Tyger! And Tyger! Ja. Oh Gott, jetzt haut er ab. Jeeeey. Oh, LOL. LOL. Die sind wieder verbündet... Also immer noch verbündet. Und er haut ab. Er hat keine Chance. Oh Gott. Wie süß. So niedlich gewesen. Ich hätte es ja Ding, dass der Baba mich getötet hätte. Ich hätte es ja Ding. Ich hätte es ja beiden gegönnt, dass sie die Punkte bekommen. Ja. So süß. Oh, ein Jäger ist dort. Der Jäger spioniert bis jetzt. Sieht mich. Ich muss mich natürlich erkennen. Weil ich ja alles. Ich könnte die zwei Forts von Naslina im Alleingang gleichzeitig einem. Stellt euch das mal vor. Ah nein, dass die nur süchtig nach Königreichspunkten und pfff. Ja, mir egal. So dann. Ähm. Wenn ich den Part, ich muss mal schauen, wie lange der Partner ist. Und. Da ist der Codename. Und der Rösenzungen-Dings. Aha. Die, die ja in den Check geschrieben haben. Äh. Ja. Mach ich halt den Part ein bisschen kürzer, wenn er kürzer ist. Oder länger, wenn er länger ist. Weil ich hab er, ja. Nicht aufgedrückt. Haha. Also, Captain Amelke verabschiedet sich. Äh, Captain Legnum. Und tschüss. 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 Tschüss.